Was hat der Rasenfick noch nicht gemacht? Er hat seine Bewässerung noch nicht ausgeblasen, weil er das noch nie gemacht hat. Ja, letztes Jahr sind mir meine MP-Rotatoren hochgefroren und rausgekommen. Da dachte ich, dieses Jahr sollte ich das dann vielleicht nochmal machen. Ja, also ich habe hier mir ein Ventil gekauft. Ein Autoventil, ein Autoschraubventil. Ein Autoschraubventil habe ich mir gekauft. Und das will ich jetzt auf einen Deckel setzen von meiner Bewässerungsanlage. Und dann schleppe ich hier meinen schweren Kompressor irgendwie zu meiner Verteilerbox und blase dann die Bewässerung raus. Das ist der Plan. Okay, das seht ihr heute. Yeah! Dann räumen wir mal jetzt hier schnell alles auf. So, ich zeige euch mal hier mein neues Spielzeug. Das ist ein Golflochstecher. Ein Golflochbohrer. ausgemustert. Den habe ich tatsächlich kostenlos von der Firma Sommerfeld bekommen. Haben die mir offiziell geschenkt. Vielen Dank, Firma Sommerfeld. Total cool. Das Ding ist total ausgemutscht. Deswegen habe ich auch hier diesen Gummiring neu gekauft. Der kommt hier zwischen als Dämpfer. Und ja, das Ding werde ich auseinander nehmen. Demnächst kommt ein extra Video drüber. Werde ich zerlegen. Wäre ausgebrochen. Und alles völlig ausgelutzt. Das Teil. Lackieren wir vielleicht neu. Man muss ja cool aussehen. Natürlich, meine Lieblings-Rotfarbe oder Orange. Orange wäre auch nicht schlecht. Orange wäre auch nicht schlecht. Egal. So, genau. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber das machen wir irgendwann mal. Der ist noch neu. Der sieht auch gut aus. Ja, der ist schön glatt. Der ist schön glatt. Den nehme ich. Gleichgewinn. Genau. Der ist gut. Genau, da kommt jetzt das Ventil rauf. Ich muss die mal ein bisschen rumstellen. Da haben wir Schatten drin. Genau, hier. Da sollst du es scharf machen. Genau. Da will ich das Ventil raufsetzen. Und dann das einfach draufschrauben, den Deckel. So, dann ist das schon gut. Das ist ein bisschen komisch. Der hat also hier einen Durchmesser von... Was ist das denn? Zwölf? Zwölf. Elf. Elfenhalb. Zwölf. Außen ist... Fünfzehn. Okay. Zwölf. Wir bohren da ein zwölber Loch durch. Sie ist Licht. Bumm. Kennt ihr das? Einer meiner Lieblingsfilme. Das fünfte Element. Cool. So. Wir setzen das Ding genau in die Mitte. Okay. Das schon mal nicht funktioniert. Ey, ich muss den festschrauben. Der huscht dann wieder raus. Okay. Bohren wir doch mal das erste Loch in den Tisch hier rein. Nur Kunststoff. So. Ja. Hat geknackt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das passt. Tatsächlich. Das passt gut. Das passt gut. Sehr schön. So. Zack. Raufgeschraubt. Und der Drops ist gelutscht. Ich hoffe, dass es dicht. Ja, cool. Hier. Mann. Macht das da. Supi. Ha. Easy. Dichtdreger hat auch noch Luft. Cool. Festschrauben. Nicht so fest. Sehr schön. So, und damit blasen wir jetzt aus. Oh, sehr scheußlich. Und alles. Von der Stöcke. Das regnet. Es regnet. so wir haben jetzt wir haben jetzt die ganzen ventile so den zimmer fest da kommt jetzt der druckluft anschluss drauf gekommen reinstecken klammer zur sicherung sehr gut schlauch dran läuft das ist schwarz den sehe ich hier so coole nummer das müsst ihr sehen das müsst ihr sehen coole nummer so mach jetzt druck drauf ist das cool da laufen sie leer da leer hab ich noch nie gemacht ist das der hammer war leichter als ich dachte das ist jetzt das ist jetzt rot jetzt mache ich hier ein kabelbinder drum damit ich jetzt gehen wir mal gucken das ist rot schnell gucken kapusten sieht cool der ist nämlich noch nicht das hat wunderbar geklappt coole nummer viel einfacher als ich dachte dass man muss man alles so angehen gut das war soweit ausblasen der bewässerungsanlage für euch für mich hat super geklappt danke fürs zuschauen tschüss passiert tack fertig super 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 Vielen Dank.